Musik Hast du vor? Ja, das war sie nicht. Das musst du aber wissen. Nein, ich glaub das... Hallo. Hm? Das ist falsch. Ich muss andere Tastendings nehmen. Nehmen wir... 5. Vielleicht geht's taugen. Probier. Das verschwindet unten. Ist das richtig? Du musst ja die Aktion wechseln. Und jetzt? Dann müsste eine Mine angezeigt werden. Wenn das nicht angezeigt wird, musst du... Hast du die Mine noch nicht eingesammelt? Oder du hast die Quest nicht gelesen? Aber ich hab Lust auf... Oder du bist nicht in... der... Zone. Na, ich bin nicht in der Zone. Es geht nur in der Zone. Ach so... Ich muss da weiter rüber. Mhm. Du bist auch... So ist bei mir rot. Du bist außerhalb der Zone, deswegen geht's auch nicht. So. Jetzt hab ich 5. Ich muss sie davor platzieren. Bevor... du zu den Enden ernst. Mit F noch? Was? Nein. Mit den Schießtasten. Was? Mit den Schießtasten... Schießtasten? Leichter und Linksklick. Ach so. Zombies. So. 5. Du hast nichts platziert. Na, da passiert nichts. Weil du nichts platziert hast. Wie platziere ich das? Du musst unten in der Leiste eine Mina sehen und einen Zünder. Ohne den geht's nicht. Du bist doch in der Zone drin. Ja. Dann lies mal vor, was denn da auf deiner Quest draufsteht. Wo ist die Mine? Lies mal, was in deiner Quest draufsteht. Äh... Minen platzieren und Zombies dorthin locken. Du musst die Schnelltaste drücken und dann... die Minen platzieren. Du musst die Schnelltaste drücken und dann... die Minen platzieren. Und dann mit der anderen Taste zünden, wenn die drauf sind. Genau. Äh... Zombie. Ich lock mal an. Ich mach schon. Du musst dein Bus hinstellen. Und jetzt mit 5 wieder zünden, oder wie? Und? Was zeigt er an? Äh, 7. Was denn noch mehr? Was denn noch mehr? Äh... Moment. Ich komm, mein... Und jetzt? Äh... Äh... Ich bin schon wieder draußen aus der Zone. Ich komm da schon. Ich komm da schon. Wo läppst'n Blödsinn? Für meine Zone. Ein Blödsinn. Nein. Hallo? Hallo? Komm, komm. Komm. Bumm. Hallo, jetzt hab ich's. Was ist das als nächstes bei dir? Ähm... Mit Propane gefüllten Flaschen aus Moses Arsenal... in ihr Ivenwert darnehmen. Du musst dich hier rüber. Und wohin? Hier rüber. Ja, die hast du ja schon. Und dann die Taste drücken. Und dann die Taste drücken. Wir müssen dir jetzt einen, äh... Molotow bei dir anzeigen. Ein was? Ein Molotow-Kotel. Ein Molotow-Kotel. Die Direktion ist ja groß. Aber ich bin gar wieder draußen. Ich hol' mal welche. Nur daneben geschmissen. Und... Nein. Da waren die Falschen. Da oben sind auch noch welche, bei der Kirche. Die gilt glaube ich auch noch. Da ist nicht geschmissen. Das ist wieder nicht ausgewählt. Mit was schmeiß ich das? Du musst in den Tastenslot unten schauen. Ja 5. Das ist die Auswähltaste. 5. Was bist du? Ein anderer Spieler. Mit den Flaschen Zombies verbrennen. Mhm. Ich hab's jetzt ausgewählt. Dann musst du mit der ersten Taste mit der linken Taste drauf schmeißen. Jawohl. Aber dann ist wohl daneben. Ach so? Mhm genau. Ah. Das sind nur welche. Das waren 4. Das musst du einfach nur noch die drauf schmeißen. Ja aber... Du hast es nicht ausgewählt. Jetzt doch. Da muss man aufpassen. Mhm. Bin zu blöd für den ganzen Scheiß. Ja. 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 Da kommt noch weg. Hier. Mal gucken unten was ist. Nö. Da ist nix. Da sind nur welche. Da auch. Nö. Nö. Die brennen aber. Abgeschlossen. Jetzt musst du in die Kanalisation. Ja. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Du musst jetzt in die Kanalisation. Ja. Musst du zu mir. Ja. Jetzt kannst du mit Echtgeld holen. Was kann ich? Jetzt kannst du nur mit Echtgeld holen. Erledigt. Bumm. Was war das? Jetzt sind die ganzen Dummies gestorben in der Kanalisation. Ahhhh. Einen von Moses USB-V aus Moses Arsenal nehmen. Null? Hab ich nicht. Ihren Inventar. Äh. An einen verlassenen Roller befestigen. Äh. Roller? Mhm. Irgendwo in der Zone. Irgendwo in der Zone. Das ist kein, das ist ein Motorrad. Das ist kein Roller. Wir sind draußen. Du musst nicht weiterlaufen. Du bist in der falschen Richtung. Achso. Ich bin überhaupt in der falschen Richtung. Bei mir ist da überhaupt nichts rot. Du hast ja nicht ausgewählt. Was? Ja, die 0 musst du auswählen. Oder die 5. Oder die 5, was du hast. Ich bin in der Zone. Ah, da ist deine Rolle. Ach komm, kusch dich. Da ist ein Roller. Erledigt. Boom. Die Kanalisation. Hm. Betreten. Langsam aber sicher, Jack ist ein Pidl. Aber langsam. Aber lass mir doch Ruh. Lass mir doch mal in Spaß. Nein. Ja, ne? Mhm. Auf ja. Hallöchen, wie rufs? Na, wie geht's? Hey, Baby. Ich hab's da bis zu spät gesehen. Du hast wahrscheinlich schon länger geschrieben. Hallo. Wie geht's? Temporary Abilities acquired. Temporary Abilities acquired. Mir geht's. Du hörst mich, wie es mir geht. Schlecht. Nee, schlecht geht's mir nicht. Warum nimmt er das nicht? Weil du mit F drücken musst. Mach ich. Oh, ich muss in USB. Äh, jetzt ist er. Hallo, holo. Du auch dabei. Bist du wieder gesund? Hört dich jedenfalls nicht so an. Nee, noch nicht ganz. Du musst dahinter laufen. In die Richtung. Aber heute ist besser wie gestern. Gestern hab ich überhaupt keine Stimme gehabt. Mhm. Hä? Was tust du da? Miene platzieren. Warum? Hier hin. Hier musst du hin. Keine Karte für diesen Ort verfügbar. Mine platzieren. Hä? Ich hab keine Minen. Doch, wenn du die Tasse drückst. Äh, eins. Hä? Ich hab keine Minen. Kaboom. Tut mir leid. Was ist eins? Ah. Jetzt hab ich eine Mine gehabt, glaub ich. Kaboom. Nee, ich hab keine Minen. Dann. Guck mal an der Hydro. Dann hast du ihn nicht eingesammelt. Was? Welche Minen soll ich einsammeln? Erstmal anfangen an. In der Kiste. Welcher Kiste? Die du platzieren musst. Du machst mich fertig. Hier. Du musst in der Kiste hin. Du musst in der Kiste hin. Wir brennen. Düchten dich. So, welche Kiste? Du hast ja keine Anzeige, wo du was platzieren sollst. Nee. Ja, wahrscheinlich ich schneller. Ja, dauert irgendwas noch 30 Sekunden. Aber du siehst die Zombies, oder? Oder siehst du die auch nicht? Hä? Hm? Ich versteh's nicht, aber egal. Du musst doch Hans in Glück heißen, dass du es verstehst. Erledigt. Bei dir. Mhm. Was zeigt das bei dir an? Was zeigt das bei mir an? Was zeigt das bei mir an? Was soll ich reden? Was zeigt das bei dir an? Was zeigt das bei dir an? Gar nichts. Wie gar nichts. Meine Nummern sind weg. Meine Waffen sind weg. Du musst wieder rausgehen, wahrscheinlich. Du hast so ne Miene. Nach Holo. Einmal mit hier. Oh mein Gott. Jetzt kann ich Minen platzieren. Jetzt bist du dran. Mit was? Mit der Quest. Wahrscheinlich. Wieso ist das ne? Ich muss irgendwas senden. Nun warte mal. Nein. Ich habe einen Rucksack gekriegt. Hast du das auch erledigt? Ja. Dann sprich doch. Ich habe gesprochen. Ja, aber nicht der Süßige. Ich tue meine Waffe jetzt verbessern, ja? Hm, mach das. Ich bin draußen. Jetzt habe ich den Kravolver auf 9. Ich bin draußen. Warum bist du draußen? Weil wir wieder fertig sind. Ich bin draußen. Ja. Ja. Ich bin der zweite Revolver wieder. Ich bin draußen. Ich bin draußen. was ist da los was denn der kämpft schon wieder jetzt sind meine sachen wieder da ich habe die zwölfer stufe erreicht dann muss man zu Madame Rocket gehen ja Moment der läuft schon wieder nicht bei mir steht nix wo ich hin muss ja steht auch nix du musst da selber hinlaufen ich bin da wenn noch ja wenn meine ein bisschen raufen wird du musst die Tasten drücken wo glaubst habe ich den Fingernagel oh lieb wieso darf ich dich streicheln das geht nicht oh schwarz und rot der eine heisst Segment und der andere heisst mach es äh hinein mhm zu ihr und das da annehmen ich spüre ich spüre ich spüre nach Raben suchen äh oh schau noch eine Katze bestet ich war draußen für unsere Zukunft braucht man kein Medium wir sind verloren Geld bringt nichts mehr seltsam aber schlimm äh da bist du ein Rabe gewesen damit werde ich fertig aber diese Altträume und weiter den Raben folgen festsetzt und wieder und bist ja hingeflogen es geht dabei immer um Raben hallo Rabe tausende von Raben bist der Rabe hingflogen du läufst wieder voraus du läufst wieder voraus schnebel und mich heilen die Rabe ah da ist er das ist die Dame die sagt ich lauf nur voraus und jetzt läuft die voraus ooooh wo sind die Raben da da und ooooh und wo jetzt denn ooooh da ist der Gemeine von mir ist dann nichts wo bist du da wo ist das? mhm das zweite glaube ich bei mir steht hier ein Raben folgen nicht ein Raben welchen Raben? die Wiedergänger Federn nehmen da liegt eine Feder am Boden das sind die Federn und jetzt? und jetzt? und jetzt? na roben suchen noch Raben suchen und wo sind die denn? da oben da oben gra gra den Raben folgen mhm äh brünn brünn abgehauen hey der ist auch da mhm und da hohen ne ich glaub so schnell war der noch nicht gut ich bin zu stark und noch Raben folgen mhm müssen glaube ich jetzt hier wo tanzen ich hör's ja aber seh's ja nicht ah da unten ach da sind sie kusch kusch ich wolle mir nicht da kommt der nächste irgendwo hier aber ich nicht satt richtig richtig und da unten ich bin einfach so oberop verpowerd wahnsinn ich muss noch Raben folgen ja muss ich auch hinten die sind hier hinten wo ich langlaufe wo ich langlaufe der wohl ausgelang schau auf Karte ziel erreicht den Raben folgen ich noch nicht Illuminati Zeichen wieder Nummer 1 wieder Nummer 2 was wieder Nummer 3 wieder Nummer 4 und wieder Nummer 5 und wieder Nummer 6 was nichts passiert was 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 willst du machen was machen was passiert die war richtig norten norten aus dem süden südwest nortwest ja wo ist norten nichts passiert die war falsch und die war richtig nichts passiert die war falsch und die ist richtig die ist auch richtig die gelben sind richtig die gelben sind richtig nur wenn es wieder verschwindet sind es falsch ja dann da sind sie weg Alter wo ist der Norden nichts passiert warte mal da oben haben wir da oben haben wir ja Norden Süden Westen und so weiter die ist richtig die ist richtig Süden Südwest Nordwest die ist richtig N.E.S.S.S.W. die war falsch also der ist richtig also der ist richtig da gehört eine her nein wenn da steht nichts passiert ist er falsch da gehört eine her habe ich überhaupt Federn nein nichts passiert die ist falsch hier geht eine hin hier geht eine hin die ist richtig und hier kommt eine hin die ist richtig okay kann ich hier noch einen platzieren kann ich hier noch einen platzieren hier aber wo ist richtig nichts passiert nichts passiert die ist falsch da eine und ich sag's da an die ist richtig da kommt eine hin es kommt eine Norden ja wo ist denn wo ist der Anfang da ist der Anfang da oben heißt ganz oben in der Mitte heißt äh da wo ist Norden da Nordost Südwest da ist ein Norden muss erst ein Norden sein richtig das heißt Osten das heißt Süden dann Osten gehört eine hin habe ich dann Süden oder Süden dann in Westen Südwesten müsste ich hier sein wenn ich hinter rein ne nichts passiert Südwest also Norden Norden Osten Süden Süden und Westen und Westen Naja nix wieso ist hier nichts passiert ne ich nicht Norden Norden ist es schon falsche glaube ich Osten mit dem Wasser drinnen weiß weiß da gehört eine nein die ist falsch die stimmt nicht der stimmt und der stimmt Osten da muss hier eine hin nein stimmt auch nicht stimmt auch nicht Südwest zum Norden Osten 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 nichts passiert der ist Norden ist richtig ist gelb Der böserte Geist wird gebunden, indem er die Reaktion an die Spitzen des Sterns passiert. Ist auch richtig, Norden und Osten. Kommt dann Süden. Ne, ist falsch. Spitz, spitz, ne, komm. Norden, Osten, Ach, Norden, Osten, Süden, Südwest und Nordwest. Norden, Nordwest. Süden. Ne, ne. Check den Shit nicht. Osten, Osten. Look hat er nicht her. Nein, nichts stimmt.